Moin Leute, Willkommen zu einer Folge Let's Battle Minecraft gegen den Film Öy Wir spielen jetzt einige Gate Games, best-of-fabend, das heißt... Ey, da war doch meine Anfangs-Map, wo ich so gut weggerannt bin, oder? Ach nö, ey Naja Wer zuerst viermal gewonnen hat, hat gewonnen Achso Wer mag, dann geht's auch jetzt noch nicht los Wieso nicht? Weil ich erstmal mein Inventar sortiere Nix Attacke Also letztes Mal lief es ja gut Ja, weil du es ja versteckt hast und ich dein Leben wusste, weil... Weil du es einfach nicht gefunden hast, das Ich weiß Ich bin halt cool Die Frage ist, wo ist die kleine Höhre geworden jetzt? Naja, das hab ich nicht gesagt, nee Er sieht mich schon Phil, du siehst mich Ich guck gerade ein bisschen Oh, du rennst nicht weg, Alter Du bist ja voll heftig, Phil Will ich trust a boy Gucken Ich spektiere jetzt auch mal gleich ein bisschen Wo ist er denn? Na wo bist du Phil? Hm? Na wo bist du denn? Na wo bist du denn? Weiß eh, dass du gleich hinter mir aufschaust, ey Nö Ich... ich doch nicht Höchstens du unter mir Ich hab grad echt keinen Plan, wo du bist Ich hab auch keinen Plan, wo du bist Wer denn du bist nicht da? Guck mal, du redest schon nicht, das ist voll verdächtig Phil, weißt du? Weil ich Schiss hab Du hast Schiss bei mir Naja Nö Nö, ich hab Schiss vor dem großen unbekannten Typen Von Voldemort Der dessen Name nicht genannt werden darf Der hat jetzt schon volle Eisenrüstung oder so Der hat die ganze Zeit einfach nur Truen sammelt Nö, ich hoffe, ich würd's mir wünschen Aber... Ich hoffe Wie leidst du es Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Runde, würd ich sagen Kann sein Ich hab mir gut Was liegt denn da oben? Ach kacke, Alter Na wo ist er denn? 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 Wie viele Herzen hattest du eben noch, Phil? Ey Phil Ja? Wie viele Herzen hattest du eben noch? Genug, würde ich sagen Cool GG Ich hatte kein Dings hier, ich hatte kein Schwert, was soll ich machen? Hast du das nicht gewählt als Kid am Anfang? Nein, ich nehme eigentlich Bogen Na, okay Na, okay Wie viel Leben hast du noch? Äh, vier Aber kurz, ich muss mein Wir sehen uns gleich wieder So, mei Leute, wir kommen zur zweiten Runde Wir nehmen dir das altbekannte Kött Und ja, dann legen wir jetzt mal los Jo Krasser Stuhl hier am Knattern Er ist schon so ein bisschen Varoufiling, ne? Er war Varoufiling, meine ich Ach, die Schiffheiß-Zirkus-Map, die ist unendlich groß Die ist perfekt für dich, Phil Für mich auch Also ich mach die Map nicht Also ich mach die Map nicht Dieser hat grad Kiffheighter nicht bekommen Der drin war, nach wie Doch, die hab ich bekommen Also ich mag die Map Naja, Phil wahrscheinlich versteckt sich jetzt schon Phil, wo bist du? Ach komm Komm doch, Phil Das Problem ist Ich Ich bin da echt nicht gut drin Vor allem PvB Äh, PvP bin ich generell nicht so ein Boss drin Bin da nur gut drin, wenn jemand wegrennt Auch nicht Trotzdem Ich bin da nur gut drin, wenn du ein Schwert hast und dann für mich oder was Ja Und dann wird schon knapp Echt? Nein Ich dachte jetzt grad So schlecht kannst du nicht sein für Wenn du hast ne 04er bei DNSG Hab zwar ne doppelt so gute, aber trotzdem Ich glaub Nicht, dass ich so viel besser benutze Hm, wo bist du denn jetzt? Ich seh schon kaum, dass er gleich mit ner Enderperle angekommt Mit einer vollen Eisenrüstung und da ist ein Schert Ich hatte einmal so Oh, hier ist die Welt schon zu Ende Ahhhh Kacke, ich bin dumm Ja Na, du hast wirklich keine Enderperle Warum? Nix Keine Angst, ich seh dich nicht Ich bin jetzt mal ehrlich Hehe Ach Du hast Optifine, oder? Ja Vielleicht nicht Ja, warum machst du's kurz wieder nicht? Krieg ich nicht hin, mein Mac blockt den immer Oh man Ekel halt Komm Du musst hier doch einfach sein Komm Du musst hier doch einfach sein Ach cool, Enderperlen Das gefällt mir Das gefällt mir Schon eher ein weh Ich bin generell bei sowas nicht so der offensive Spieler ey Ja, ich such dich schon die ganze Zeit Ich such dich immer so direkt am Anfang geh ich schon dich suchen Ich hab immer so ne Vermutung wo du sein könntest, aber dann bist du dann Nee Shit, ich glaub ich renn schon wieder in die falsche Richtung Nee, nee Oh shit, der hat mich gecombot Scheiße Ah Siehste War aber knapp Ja, war knapp Aber ich hab das doch schön rausgehauen, als du da gesnicht hast Ich dachte, du kannst es einfach weiter Wir haben schon nie so schreien, wenn ich weitergegeben Ey, GG, aber egal Weiß nicht Weiß nicht, aber Wir kommen zur dritten Runde hier Markus ist viel Ich hab dich diesmal echt gecombot, ne? Ja, du hast es geschafft Was Problem Und dann hab ich dich noch zweimal mit dem Bogen getroffen eben Ja, aber hättest du den Bogen nicht gehabt, ne? Dann hätt ich dich Tja, ich weiß Oder ich wär weiter abgebrochen Ich hab dann noch eine 4, 5 Ender abhören Was geht los? Ach, die Map Die ist schon ganz cool, die Map hier Für die Spinnenweben Die ist nicht ganz so gut zu verstecken Weil man hier dauernd in den scheiß Spinnenweben drin hängt Problem ist, ich brauch immer ne Ordnung im Inventar, weswegen ich manchmal sogar getötet werde Das ist halt nicht schlau BVP musst du, du hast echt nicht überhaupt ne Mühe Das ist alles Das ist echt dumm, wenn du was machst mit BVP Ne, ich mach das jetzt nicht mehr Alles gut Alles gut bei dir? Ja Alles gut bei dir? Und bei dir so? Ja, find ich auch gut Oh, er blendet mich Davon wo kommst du jetzt? Gar nicht? Ist das dein Ernst? Phil, das war jetzt grad nicht dein Ernst, oder? Ey Phil, wo bist du? Phil Wieso bist du jetzt einmal so ruhig? Ey Phil Ach da ist er Wieso du auf einmal so ruhig warst, ey Pfff Kacke, Alter JEPPA! Du hast mal geschafft, sehr schön Wie viel Herzen? Erstmal ein Apfel essen Wie viel Herzen? Äh, zwei Cool Scheiße, scheiße Enderflash, ey Naja, okay Aber komm, das war gute So, Moin, Leute, du kommst zur vierten Runde hier Markus, das ist voll Boah, Mann, ich war grad so angespannt, dass ich dich dann doch noch gekriegt hab, ey Ja, vor allem Ähm Wie ich dann so in Bohrung gelaufen bin und hab dich dann noch zweimal gehittet So, bist du Aber wie du dich gleich mal versteckst, ey Hier versteckt mich jemand gar nicht Ich renne ja durch die Gegend und suche Hüssen eigentlich Ja, ich schlag ohne Schwert, fällt mir grad auf Oho, Phil, ey Naja, 3, 2, 1, noch nicht Oh Du bist doch nicht die Runde, Leute Moin, du kommst zur nächsten Runde hier Ich steck 3, 2, 1 Oh, nicht die Map, Alter, nicht die Map Wenn du nicht die Runde jetzt hier gewinne, dann Habe ich das Ganze wieder hier gewonnen Hast du sowieso schon, du führst 3, 1 Nee, Rest of Seven Achso Du musst erst vier hat Du musst jetzt jedes Mal gewinnen Aber das war ganz cool, die Püste hier Naja Jo, ich häng gespinnen, das ist geil Gefällt mir Noch ein Moment Noch ein Moment Noch bin ich dumm Oh, Phil Nicht runter Die Runde gehen Oh, Phil Nicht runter Die Runde gehen Oh, Phil Ja, ich häng gespinnen Ja, häng gespinnen, jetzt Was soll ich machen? Naja, GG, ich hab gewonnen Und 24 Das war's für mich Und Ja, es werden die Nämlich weitere Battles gegen andere Typen folgen Und tschüss Das war's für mich Das war's für mich Und 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 das war's für mich About Link 永 Ich